genau so warte mal jetzt probier ich mal aus default gun habe ich jetzt so warte mal bevor es weiter geht mit default gun mache ich jetzt eine atlas gun und zwar nehme ich mir einfach ich mache mir mal gelb kurz afk wo ist denn die farbe da mit der farbe machen wir jetzt eine default und da haben wir eine peabody gun die body alter braucht man ernsthaft enderpellen für ich habe schon so was ernsthaft gebrochen um die benutzen zu können ja ja ist auch so wir brauchst du in der plan ich habe schon so was fast geahnt was doch genug nein ich habe nicht mehr so viel ja ich glaube nur für die piva die dann brauchst du enderpellen nein für alle weil wir haben jetzt auch noch ein paar portal guns cool im workshop aber noch irgendwo war park job habe ich hier nicht drin sein dem stück ich habe gerade ausgemacht die biken und noch eine hellblaue hellblau 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 ach du scheiße ich hab mir auch noch sandstein rausgenommen ich idiot ach du scheiße farbenteuer farbenteufel ah ja und ist ein böser villager na wie weit sind die boah das dauert erstmal bis die guanda fertig sind momentan sind die voll am alten produzieren hast du unten noch einen reingeschmissen was denn noch so ein ding was für ein ding ich brauch noch so ein minitur block da oder wie das ding heißt meinst so ein hole ja genau ich hab zwei portugans hier ich hab auch zwei gib mir mal eine eine brauche ich noch warum was hast du da gemacht für eine eine default das sind zwei defaults die muss man sowieso erst mal und jetzt haben wir vier verschiedene portugans wir haben eine atlas, eine peabody und eine beacon ob die wrecke hier gib mir eine wer geht das? äh atlas und dafür brauchen wir als endapparent ich probier das mal eben aus müsste mit endapparent funktionieren ich glaub die atlas war auch spielerbezogen ne? sind alle glaube ich spielerbezogen ne ich glaub nicht alle äh warum kann ich kein portal schießen? was braucht man dafür? keine Ahnung ist das ausgestellt? hm? bist du? oben? naja ich geh jetzt grad hoch was ist ausgestellt? ist das ausgestellt? ich kann keine mit dem peabody keine schießen hm nein ich nicht brauchst dafür endappel dust ach dust ja ja endappel dust dust oder äh ja welches hat da das portal dann dust ok ja hab's gesehen heaven water tank jetzt brauche ich eigentlich nur einen ofen einwerfen sehe ich ne? äh mach das mit wundig halt ne das ist zu teuer guck mal du kriegst wenn ich die reinwerfe du kriegst vier mehr oder so daraus nein kriegst neun oder so kriegst mit äh knappe das kriegst du äh mit mini shite kriegst du 16er raus ja gut dann mach mal mini shite dann würd ich sagen ja warte na genau das ist ne atlas gun ich mach mir noch ne potato ne biegen hab ich schon ja ich mach ne potato gun da klopft jemand wieder an die tür hi zombie ok es geht jetzt haben wir vier portal guns oh ist das schön denn das möchtest du eigentlich auch eine? ne was denn? wir können nichts dafür einfach zu gut ich suchte da immer so sehr wie immer ne komm du hast ne me system gebaut bekommen du hast ne reaktor da oben du hast krömms am lauf ne ja das stimmt die beiden sachen hab ich einfach bauen lassen so guck mal die hast du bauen lassen ohne die wirst du aufruckschmissen sein nö sagst du oh da glaub ich mal 1 2 3 4 5 jetzt brauch ich noch 5 stacks sand an die 4 stacks 1 2 3 4 ähm 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 2 3 ah ne falsch rum kabel das das ok äh äh ne 5 stacks war das nur eine oder war das zwei 1 okay da zack zack genau so 5 okay haben wir schon mal die könnte das ja feiern kann mir feiern ja kannst du noch dann haben wir den stein mein stein oder habe ich den rucksack da nicht da habe ich den stein den will ich nicht den will ich ja nach kacke ich hasse das mit dem big packs jetzt ist hier noch ein portal verstört wie hier alles voller monster ist aber ich finde das schön dass wir monster wieder sind sehen ist wieder ein bisschen entspannter gibt es wieder was egal für jeden alles rum wie war das was man fängt erst bei dir an zu überhitzen wenn du bei lava was ja wenn ich in lava eingegangen bin mehr auch nicht also jetzt bin ich in der hölle und nichts passiert dort hat man nicht irgendwo potato ist jetzt mal welche angepflanzt haben nein